Das liegt ja mal mit Dornen dran. Oh. Es fällt mir eine Sache ein. Ah. Invalid. Ah. Keine Kombination mehr. Was? Diese Geräusche. Du müsstest doch... Kleines Schmiedeset zwei. Kleines Schneiderset zwei. Kleines Schuster-Set zwei. Kleine Rüstungsset zwei. Schmieder. Schneider. Alright. Schuster auch noch. Puh. Oh, Mann. Sohn eines Schmiedes. Kann ich überhaupt noch... Ah. Bahnkorb prüfen. Fallschirm. Versprechen. Nun. Okay. Kleines Schmiedeset. Kleines Schuster-Set. Ist auch schon vorbei. Rüstungsset. Auch ein Rüstungsset. Was haben wir überhaupt? Kost... Schmiedeset zwei Stück. 100% Leben. So, jetzt haben wir ein Stück. 100% Leben. Keine Ahnung, was das soll mit den Schmiedesets, dass wir die nicht einfach durch... Schmiedeset. Schneider-Set. Schneider-Set. Ach, zur Hölle. Schneider, das Ding fertig. Fertig. Schuster. Okay, ich gucke, ob der noch Reparatursets hat. Ich meine, meine Fähigkeit müsste ja Fertigkeit reparieren. 20. Ist schon maximiert, aber... Warum nicht? Macht doch Spaß. Irgendwie macht man das Spiel in gewisser Weise kaputt, dadurch, dass man hier die ganzen Sachen repariert. Ich meine, sonst hast du ja bei Weitem nicht so viel Kram dabei. So. Kleines Rüstungs-Set 30 und 15 so. Oh. Da kann ich ja... Kann ich dem ja noch Zeug verkaufen. Zeug, das ich repariert habe. In rosa. Bitte, dankeschön. Die darfst du gerne haben. Na. Habe ich echt so wenig? Okay, machen wir es anders. Genau, dann können wir hier einfach durchgehen. Alles, was 100 ist, wird dann hier oben angezeigt. Du zahlst 0,5. Ah, was kriegt sie die noch? Dann gehen wir in den Warenkorb, prüfen, Pfeilchen. Und du kriegst es 0 auf 0. Ich bin zeuglos geworden und ich kann jetzt massig Rüstung reparieren. Warte, das war das kleine Rüstungs-Set. Das waren 30 Stück. Oh, ich wollte schon sagen. Fängt das wieder an mit irgendwelchen beschädigten Sachen. Soll ich das mal beruhigen? Okay. Ich glaube, irgendwo habe ich das Spiel gebrochen. Auch nicht weilaelhêt. cut Ich weiß das nicht. Punkt. D Punkt. 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 Keine Ahnung, jetzt sind wir bei den normalen Rüstungssets dran, ich... Ich weiß nicht, ob das schneller geht, wenn ich die einzelnen durchklicke oder... Ach, du Schande, Mann. Irgendwas stimmt mit dem Reparieren hier nicht und dass die Sets so komisch sich verhalten. Weil ich habe ja auch immer noch kleine Rüstungssets. Oh, Mann. Diese kleinen Rüstungssets, dass die immer... Ah, ich vergiss es. Das liegt daran, dass ich so viele Sachen dabei habe und so viele Rüstungssets. Oh, what? What? Ich kann nichts mehr reparieren. Ist das bescheuert. Ist das bescheuert. Und jetzt habe ich so viele Rüstungssets dabei, die einfach nur angefangen sind aus irgendeinem Grund. Weil der die nicht von 100 auf 0 benutzt, sondern immer nur von 100 auf 80. Erstmal alle. Und dann von 80 auf 60. Keine Ahnung, mit welchen Schritten das geht, aber... Alles Gute. Okay, okay. Verkaufen. Rüstung. So. Mann. Achja. Achja. Ich glaube, das geht schneller, wenn ich das einfach so mache. Das sind sechs Stück. Hm. Ich hatte nämlich gerade auch was gesehen, das war... Herr Ratzik. Nup, das bleibt bei mir. Italienische Beckenhaube. Naja. Hm. Dann können davon doch drei Stück weg. Kuttenberger. Kuttenberger. Interessiert mich ja eigentlich gar nicht. Schulter von Leipa, edle Plattenbeine, schwere Lamellen. Mal hier, die, 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 die schlicht, die, die habe ich. Und die Plattenbeinlinge. Da sind die doch auch besser. Mürnberger Schultern. Okay. Kettenbeinlinge. Und ich meine, jetzt müsste eigentlich alles nur noch verkauft werden. Das ist die erste edle Kettenhaube. Rechte Brigantin. Hm. Jetzt kommen wir zum Paar, die beschädigt sind. Oder zu... Nope. Zu sehr beschädigt, um sie zu verkaufen. Und dann... Nope. Dumped. Die Armschienen. Noch mehr. Die Commandenkram. Und ich bin schon bei 17. Oh. Und ich habe immer noch 3,7 Tonnen dabei. Das ist ähm... Doof. Leipa. Magdeburger, Mailänder. Überall aus der Welt kommen die her. Guck mal, die Armschienen. Guck mal, die Eiweck concentration ab. Guck mal, die Eiweck concentration corner. Guck mal, die Eiweckzen하지? Guck mal, die Eiweck Shaien. Guck mal, die Eiweck Sen Takarum. Lashgen ein.. Guck mal, die Eiweck Command hat. Das Schöne ist, dass das meiste schon nicht mehr gestohlen ist. Weil das ist immer das größte Problem mit den gestohlenen Sachen. 22.000. Und ich bin ja noch nicht mal bei den Waffen. Ich habe ja jetzt nur... Ich habe ja jetzt wirklich nur gerade die Klamotten dabei. Oder bin gerade nur dabei, die Klamotten zu verkaufen, sagen wir mal so. Wappenröcke von jeder Ecke, Weichentuch. Ach ja. Ritterwappenröcke. Ach so, den hatte ich dem Ritter abgezogen. Oh mein Gott. Oh, ich bin nur noch 2,7 Tonnen schwer. Reden wir über den Preis. Hier. Nun denn. Der Wirt-Wirt kauft mir nur Nahrung ab, ne? Oh, warte. In der Garnision. Die müssten mir Waffen abkaufen können. Ich halte die Frage, ähm... Ja gut. Irgendwirt er mir abkaufen. Aber wie viel bin ich jetzt eigentlich? Oh, 37.000. Bisschen halt, ne? Und die Sache ist die, wenn ich jetzt... Ich hab jetzt ein Drittel... Na... Ungefähr ein Drittel... ...hab ich, äh... ...geschafft. Erold. Schön, dich zu... Du organisierst... Ja, ich möchte kämpfen. Kennst du die... Und? Oh. Zum Aufhärten. Und... Okay. Mit einem... Los geht's. Mist. Keine Option rauszugehen. Gebt sie schon auf. Ja, ich hab gewonnen. Dann haben wir die ganze Rüstung verbeult. Naja. Allerdings hat er mir in dem Moment dann... ...zugestanden, dass ich nicht... ...gerns voll beladen sein muss. Ähm. So mein Freund. Reden wir. Handeln wir. Ja. Ah. Verkaufen. Ja. Wir werden. Geht mal. Wir. 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 Wieso bin ich denn? Ah, Scheiße. So, machen wir es ganz einfach. Schwertes Hörroll. Aber ich will ja die Keule ab. Naja. Was zur Hölle, warum rollt da ein Pfeil rum? Das ist ja echt merkwürdig. Ansonsten kann mir niemand was... Ah, naja. Jetzt muss ich den ganzen Scheiß wieder ablegen. Ich hätte nie gedacht, dass... Dass der mir nicht so viel zahlen kann. Oder dass das tatsächlich so viel ist. Beste Grü... Ja. Ja. Jolt ist Jolt. Nee. Pferd, trag mich. Ich habe drei Tonnen zu tragen. Muss mir helfen. Oder zieh mich? Wie wäre es damit? Da ich eh schon drei Tonnen tragen kann... Brauche ich aber ein... Keine Ahnung. Irgendwas, was drei Tonnen aushält und von einem Pferd ziehbar ist. Naja. Gut. Jut, dann... Wollen wir nochmal hier hoch. Und dann können wir noch diverse Erweiterungen... Obwohl es bleibt, glaube ich, echt nur noch die Kirche übrig. Wenn ich das nächste Mal zu dem Händler gehe... Und der hatte jetzt 24.000. Und ich habe ihn komplett leer geräumt, was das Geld angeht. Aber vollgestopft mit Material. Ach, scheiße. Ähm... Oh, dann lass uns doch... Hatten wir nicht noch eine zweite Truhe? Hm. Naja, was ist das? Rüstung. Und verschieben. So viele rote Beinlinge. Oh, ich habe keine Schneider-Sets gefunden. Ah! Da ist der Clou. Oh, wow. Wir sind doch einiges losgeworden. Ah, bei den Waffen aber... Ne, natürlich nicht. Ich meine... Ah, das Schild vom Zul habe ich abgelegt. Schade. Ah, das Schild vom Zul habe ich abgelegt. Ich muss gleich wieder suchen. Waffen... Schild des Zuladels. Oh, das muss repariert werden. Wuhuhu. Okay. Ansonsten... Müsste alles... Müsste alles... Kommen erstmal die ganzen gestohlenen Würfel rein. Und mit dem Rest arbeite ich dann nochmal. Einer frisst die ganzen Rüstungssets. Hm. Ich kann mich wieder bewegen. Das ist doch mal was. Was ist die Kiste mit... 38.000? Und... Ja. Ja. Stiehen. Okay. Wo ist denn der überbezahlte Baumeister? Da hängt der Raum. Ähm. Reparieren wir die Kirche. Die Einnahmen sind wirklich schon mittlerweile genug Geld. Wir haben fast 60.000 Groschen. Da sind die 14 ja nur eine Kleinigkeit. Uuuh. Was eine ekelhafte Reparatur. Da hätte ich eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Die Glocke fehlt auch noch. Ähm. Wo? Was bist du denn schon wieder da weg? Komm. Bei Fuß. Ernsthaft jetzt mal. Das Einkommen ist... Das Dorf ist jetzt groß genug. Herr Divic kann mehr Siedler herholen und immerhin regnet es nicht mehr in... Wir sind auf dem Re... Verstehe. Ich möchte... Schließen. Gehen wir zum Bau. Mach mal ein gutes Stück. Ja, weil die sieht immer noch total rotzig aus. Ah ja. Vor allem, ich hätte den Turm schon längst mit Stein ersetzt. Ich meine, ich habe genug Kohle dafür. Hier werden wir bauen? Hier. 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 Wir haben irgendwo verbessert. Oh. Wir kriegen ein Haus für den Pfarrer. Erinnere ich mich gar nicht dran. Wir haben endlich eine Glocke. Wir haben... Statuen? Ah, da stehen sie. Okay, ich wollte schon sagen. Von innen drin sieht es mittlerweile auch ganz gut aus. Ich meine, die Mauern sind gepflegt worden. Jetzt. Ich brauche ein Altar. Wir haben genug. Verbessert. Ist ja nicht nur ein Altar, ne? Ist ja auch hier die Kanzel, die dazu gehört. Obwohl, damals gehörte das mit zum Altar, meine ich. Hey! Hey! Wie du wünschst. Kräutergärten. Was? Ach so, es ist der Rathausbauplatz im Allgemeinen. Deswegen steht er da. Wir haben immer noch genug, einige Tage später. Wobei das ja nicht unbedingt so lange dauern sollte. Noch mal Ruf verbessert. Kräutergärten. Guck mal einer an. Da wächst jetzt eigentlich normalerweise alles, was man braucht. Was? Okay.